Beim nächsten Lied können die, zumindest die jüngeren Herrschaften, unter uns was lernen. Ich hoffe allerdings, dass das Gelernte nie zur Anwendung kommen muss. Nun gut, mein Freund, es ist so weit. Du musst in den Knast, hast nicht mehr viel Zeit. Etwas Gutes gebe ich dir noch auf den Weg. Ein paar freundliche Worte, damit man dich dort gut versteht. Ein paar freundliche Worte, mein Sohn, retten jede Situation. Und ist die Zeit endlich vorbei. Sagst du nicht Tschüss oder Goodbye. Kommst du endlich raus aus dem Gewühle. Sagst du schön auf türkisch auf Wiedersehen. Paka, paka, güle, güle und bis bald. Endlich, Amak, Seniyas Arim, Abtal Korka, Ibn Malchal. Also Sohn eines Hundes, die müssen ja Riesengöter haben. Oma, Rabi, Kuzumak, Elk, Harami, Lijajmi, Dupek, Kurova, Kuyu, Schwuchtel. Peter Alpista, ein paar freundliche Worte, mein Sohn, retten jede Situation. Du denkst, der Scheiß ist wirklich vorbei. Und steigst in die Berliner S-Bahn ein. Da hocken sie drinnen, klotzen dich an. Jetzt brüllst du los. So laute, Kans, Pismaluk, Hütlek, Amak, Seniyas Edim, Abtal Korkak. Ibn Malchalb, Hummer, Rabi, Kuzumak, Elk, Harami, jetzt polnisch, Lijajmi, Dupek, Kurova, Kuyu, Peter Alpista. Ein paar freundliche Worte, mein Sohn, retten jede Situation. Denn man ist überall ein gemachter Mann, wenn man so schön fremdsprachen kann. Danke. Ich staune ja, dritter Tag heute hintereinander, der Manager verheizt mich, er quetscht die Zitrone, bis die Kerne quietschen. Und ich schaff's tatsächlich noch, Lijajmi, zu singen. Na gut. Ja, musste ein polnischer Bürger auf Bandsprechen, damit's auch wirklich. Er wusste nicht, wofür es ist. Er hielt mich dezent im Hintergrund. Ich bin dort sehr beliebt und habe einen mir unerfreulichen Bekanntheitsrat. Bei dieser Nation. Danke, tschüss.